Das Auto wurde wieder frisch gemacht für heute Abend, die Carmen Gang. Ich bin hier mit meinem Bruder, AZ. Und wir sind heute Abend im Wuschdrehen. Kommt alle vorbei. Kommt alle vorbei und lasst uns auf jeden Fall heute gemeinsam durchdrehen, feiern. Ihr hört schon, es ist die dritte Show, meine Stimme ist einfach am Arsch. Aber es wird turbulent. Also kommt heute vorbei, Wuschdrehen. Ey, wie heißt der Club, Sefa? Sefa, wie heißt der Club? Vox Club. V. BIM. BAM. Das ist jetzt auch mal passiert. Was passieren sollte, Alter, wie die hier fahren in Kosovo. Es muss da jemand reingefahren jetzt. In die geliebte Gierklasse. So schlimm ist es nicht. Aber fuckt ab auf jeden Fall. Gucken wir, was der Cousin da ansteigend ist. Wir haben es schriftlich. Wir haben es schriftlich. Der Cousin ist schuldig. B sind wir, A ist er und die Pfeile sind andere Autos. Hat er das gesagt? Ich hab das gesagt. Achso, weil er dachte, er kommt das noch Millimeter durch, ne? Weil das war knapp. Was ist da eigentlich passiert? Wo? Wie ist es passiert? Also, wir waren... Sefa, erklär mal, du sagst mal. Die Sache war, bro, ich war hinter euch. Oder ganz rechts. Und er hat sich in die Kaisel eingemischt, so. Hat auch die anderen Autos blockiert. Und dann ist er seitlich reingefahren. Oh, protokolliert, Alter. Was geht ab, was geht ab? Wir sind von der Kambang Gang, von der einfachen echten Gang. Wie immer, ihr wisst Bescheid, ich bin mit meinem Bruder, Digga. Der preschte Albaner aus Kosti, Alter. Bis dann. Med sano. Bis dann. Bis dann.